noch mal geheilt doch hat noch gereicht haben wir ein schwein gehabt hast du kein erzählen hier und jetzt sagt die medik näher blödsinn quatsch haben weg da noch ein drauf da noch drauf kriegen was gebacken service bräuchte es noch irgendein monster das stirbt sonst ist mein licht verzehnt zehn verzehnt der licht weg das finde ich nicht nett na das ist mal gemein zum glück kann da nicht angreifen die wunde das ist ein runden geklappelt hier wenn ich den geschieber von monster das ist nicht mehr feierlich müssen erstmal hier vorne aufbauen nehmen wir mal den der hält nämlich nicht so viel aus die lasse ich mal wenn ich eine karte wegwerfen müsste alter was einen runden geklappelt das ist wahnsinn hier oben kann er nicht angreifen die runde da wieder einen verankert dass er nicht bewegen kann okay er hat ihn kaputt gekriegt na super shit und jetzt ist er weg ach Mist so ich kann mal eine karte ziehen okay ich brauche eine monster karte ich nehme eine fünf reddorf da nehme ich noch stärkere zack so 2 3 und eine fünfer wird ja gehen Hauptsache ich kriege mein feld voll es ist primär mal dass ich meinen helden schützen kann das jetzt mal dahin das gibt ein geschieber und ein gedrücker und ein geklappe hast du nicht gesehen wird auf jeden fall noch etwas das wird noch richtig spannend ein hat mit rett wieder zerlegt ja komm schmeißen wir die weg was ich kann eh nichts bringt wenig da gehen wir mal auf den lebensentzug zwei scheiden gehalten sehr schön Alter 19 runden schon es gibt ja brauche unter 1 mana dazu oder 18 runden jetzt dann ja das ist glaube ich das längste duell bisher ich bin mal sehr gespannt hier ist noch ein Kerzchen ziehen da packen wir erst mal wieder direkt ein fünfer hin da noch einen hin ach scheiße jetzt habe ich einen denkfehler gemacht shit ich hoffe das war jetzt kein fehler den kann er mal zumindest direkt mal kaputt machen was macht nichts habe ich noch ein dann kriegt er nicht gleich kaputt okay war doch kein fehler nochmal glück gehabt lächerlich die 2 punkte hat er weniger kostet ja da hat er nur 2 ich brauche mal zergarten verdammt shit wird aber gehen könnte ich den nämlich direkt zerstören fünf schaden schon mal zufügen das bringt mir alles nichts ich brauche monster karten dank der hacke der ist weg deswegen kriegen wir nicht ganz kaputt aber das macht nichts ja komm besser wie gar nichts so so ach hat es direkt zerstört okay wunderbar so jetzt kann er nur mit der karte angreifen da kriegt er unser monster kaputt und das war's mehr kann er die runde zumindest nicht machen okay doch kann er aber das macht nichts also muss ich eine karte ablegen komm schmeiß die weg hier so kärtchen ziehen so so aus dem friedhof das machen wir doch mal instant so 4 8 11 13 langt perfekt so hm jetzt kann ich hier schön was aufbauen sehr gut so da können wir direkt draufhauen da nochmal draufhauen alter da haben wir ein gas das geht verboten ey das kann doch nicht wahr sein das war jetzt rettung in letzter sekunde boah ich glaube mal kaum wie lange so kämpfe gehen können jeder zieht eine karte das machen wir mal instant so drei schaden eures helden werden geheilt er ist eh vergiftet ne dann hätten wir wenigstens noch drei punkte damit wenigstens noch eine attacke überleben machen machen wir jetzt so äh nächsten kreatur wird um eins erhöht pam so ähm setzen wir mal hier hin so so alter 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 22 runden heftig heftig so 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 ist es hier wieder eine karte noch eine karte alter alter also bezüglich und verteidigungsbomben ganz toll heftig 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 das wird ein richtig knappes duell das wird richtig richtig knapp vor allem habe ich sorge dass das deck vorher leer geht also ein bisschen meine größte sorge dass uns die kartenfeuer ausgehen na super jetzt kriegt zweimal diese mist anker karte oder doch das macht was ich habe nämlich keine verteidigung nein scheiße finde ich gar nicht gut ob wir das jetzt für zwei gas gehabt gas gar weg beim weg hallo ach so er muss angreifen shit denkfehler scheinkleister ja das war jetzt mein glück hier nachdem sie angegriffen hat ach so werden jetzt zwei schaden zugefügt nach man sollte sich karten genau durchlesen ach scheiße ich habe keine karten mehr und der volk scheiße ich habe ein komplettes deck leergezogen scheiße das kann ja nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein ist doch nicht möglich kann doch nicht wahr sein ich ziehe das ganze jetzt im schnelldurchlauf hier durch kann ja nicht wahr sein muss doch möglich sein dass wir gewinnen hier ist doch ist doch nicht zu viel verlangt hier ich mache das ganze jetzt im schnelldurchlauf hier das wird jetzt fast durchgeschoben ok Okay. Wenn es jetzt nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht. So. Natürlich wieder das alte Dilemma. Anfangs haben wir keine Punkte aufgebaut. Aber das kann ja nicht sein. Das muss erreichbar sein. Ich muss aber eh langsam aufhören. Ich muss das Ganze ja noch rendern und hochladen. Das ist dann der Ehrgeiz. Wenn man dann Blut geleckt hat, will man nicht aufhören. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich werde nochmal an der Verteidigungslinie stehen zumindest. Das ist doch immerhin mal ein Anfang. So. Man geht nochmal pushen. Den Baum können wir ja nicht angreifen. Aber da ist ja auch nur zu Verteidigungszwecken gedacht. Ja, teleportier du mal deine Viecher. Das finde ich gut. Am Fall brauchst du da meiner. Kannst du nämlich keine neuen mehr holen. Ach, ist wieder der Kackkrieger, für den man bezahlen muss. Ne, ist doch nicht wahr. Aber ist egal. So haben wir zumindest mal Karten auf dem Feld. So. Vier. Halt. Höfe. Ach so. Super, jetzt kann ich mit einer einzigen Karten. Ich muss das Deck unbedingt umstrukturieren. Das geht so gar nicht. Das kannst du. Ich habe hier Karten, mit denen ich nicht angreifen kann. Das ist. Es dauert viel zu lange, bis ich mein Feld voll bekomme. Ja, das ist. Das. Da müssen wir uns wirklich mal ein Völkchen hinsetzen zusammen. Weil ich will das auch nicht unbedingt aus clean machen. Aber da müssen wir uns mal ein Völkchen zusammen hinsetzen. Und hier mal ein bisschen. Deck zusammenbauen. Bringt das auch gar nichts. Panzer setzen wir mal auf den Bau.